Heute bin ich total stolz und happy. Diesen Hamburger wird es in unserer nächsten Ausgabe der kinderleichten Becherküche unter dem Thema Herzhaftes geben. Er ist einfach fantastisch. Das Brötchen ist selbst gemacht und die Frikadelle ist auch selbst gemacht. Und das alles kinderleicht aus dem Backofen. Ich bin total begeistert von diesem Produkt und freue mich schon, wenn ihr das Rezept im Handel erhalten könnt.